ein schönen jungen meine freunde und agrarwissenschaftler ja heutiges tagesguck ist drehrer das glücksrad wir gucken nicht mal rein dokumenten rollen gibt es wichtigste vorweg das update kommt oder soll nächsten montag kommen ich bin gespannt ob der praktikant das nächsten montag in drin also die wetten laufen auch schon wieder ich glaube es nicht aber wir werden uns überraschen lassen auf jeden fall werde ich ein video bringen wenn das update draußen ist so wir gucken natürlich mal was wir heute kriegen können dokumenten rollen auf jeden fall ja vielleicht das noch passiert ja ich lass mal bis fünf diamanten also insgesamt 15 diamanten da mal gucken opfer so eine dokumenten rolle bekommen das ist so der erste diamant ist gefühlt und 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 das ist gar muss ich bezahlen aber das ist egal kann ich vielleicht auch tauschen wer hinein ist dann ist es immer geil er macht mir ein bisschen übernacht haufen sahne und hier die sonnenblumen so zack und jetzt aber auch eine dokumenten rolle mit ein puzzel teil habe ich gar nicht gesehen eben jawohl das ist auch geil aber eine dokumenten rolle wäre richtig geil dann könnte ich doch wirklich was ich gestern machen wollte mein land ausbauen wir gehen hoch bis 10 aber dann ist wirklich maximum und schluss und wir gucken und 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 nochmal so also bis 10 diamanten hoch gemacht ist insgesamt 55 diamanten ausgegeben nur zur info so das achte mal und und das geht heute nichts und nochmal und nochmal ich dachte gestern im derby ich bekomme ich bekomme noch eine dokumenten rolle und könnte ausbauen habe ich mich leider vertan aber so letzte mal jetzt haben wir 55 diamanten ausgegeben jetzt müsste doch aber meine dokumenten rolle hier mit drin sein und 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 ja es hat sich doch noch gelohnt hat sich doch noch gelohnt jawohl und dann bauen wir natürlich auch gleich mal hier das land aus das was ich wollte und zacko weg ist es und wir sehen hier gleich mal ein bisschen weg hier ein bisschen platz machen ja und haben wir hier noch was ne und es ist immer noch so viel übrig ist es immer ich habe schon einige in kommentare gesehen nicht nicht in den kommentaren auf facebook in den kommentare und ja wir brauchen mehr land alter nein wir brauchen nicht mehr land so hier den ernest für zwölf stunden können wir tauschen haben wir irgendwas zum tauschen ne nicht wirklich kommt dann behalten man für zwei diamanten so da ist er lassen wir vielleicht auch gleich laufen ne machen wir nachher mache ich nachher wenn die eine karte hier weg ist dann mache ich ernest und das und mary christmas wie ich immer sage zusammenlaufen dann passt das so ich bedanke mich ach nee nee moment 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 es gibt noch neue herbstdeko zu kaufen für diamanten hier oben vier stück und zwar einmal für 40 diamanten gibt es hier so eine art ja so kürbis als kürbis vase so ein herbststrauß drin dann gibt es hier so ja so einen herbsttopf mit äh laterne und zum kürbis und weißen kürbis dann gibt es hier so eine für 70 diamanten für 95 diamanten gibt es hier so eine schubkarre mit so gummistiefel kürbisse drin und ja so ein bisschen gefüllt und dann hier paar kürbisse mit so ein wetterhahn für 95 auch diamanten okay wer es mag kann sich das gerne kaufen ich werde definitiv meine finger davon lassen ist mir ein bisschen zu happy da drehe ich lieber für 40 diamanten drehe ich lieber und hol mir eine dokumenten rolle oder ein puzzel teil wir können ja noch mal kurz reingucken wenn wir schon dabei sind was für ein puzzel teil wir gekriegt haben was wir hier oder das rentier wird auch demnächst voll mensch da gibt es doch mehr zu tun hätte ich doch ein richtiges großes video machen können aber gut ich habe mich hier entschlossen ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen lasst einen daumen nach oben da wem es gefallen hat moment moment jetzt können wir jetzt haben wir sogar noch 35 mensch das wird ja mal mehr wir holen wir holen wir holen noch mal willi von der post und gucken was wir schönes kriegen dem moment haben wir doch wirklich noch zeit ja wie sieht's wir kommen kurz rein derby haben wir noch nicht angefangen wir wollen erst in der stunde an ne 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 es ist 12 uhr gleich geht es los wir haben schon ein bisschen gesammelt hier und um 14 30 ist das erste häschen wir gehen natürlich auf hasenjagd so willi er ist doch nicht ausgeschlafen er ist doch nicht ausgeschlafen hier zack und was kriegen wir ja den haben wir schon hier wie viel zwei stück von so einem ja äh kaktus zaun sage ich mal very nice so jetzt bedanke ich mich aber fürs zuschauen wer uns gefallen hat lasst einen daumen nach oben da lasst auf jeden fall ein abo da und mit gedrückter glocke damit ihr auch kein video von mir verpasst ich wünsche euch auf jeden fall einen schönen dienstag viel glück da draußen schönes leben euer onkel jens